Ganz schön viel los im Bundestag. In dieser Woche standen gleich fünf wichtige Themen an. Was alles eingebracht und worüber alles debattiert wurde, seht ihr jetzt bei FreeFacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Nummer 1, die BAföG-Reform. Unter anderem werden der Regelsatz, die Wohnpauschale und der Mietzuschlag erhöht. Nummer 2, das große Entlastungspaket. Hier gibt es zum Beispiel die Energiepauschale, dem Einmalbonus zum Kindergeld und der Einmalzahlung für Bedürftige. Nummer 3, das 9-Euro-Ticket und die Tankentlastung. Neben dem 9-Euro-Ticket im ÖPNV wird auch die Energiesteuer für drei Monate gesenkt. Nämlich auf Diesel um 14 Cent und auf Benzin sogar um 30 Cent. Pendler profitieren. Nummer 4, die Rentenerhöhung. Und zwar die höchste Anpassung seit fast 40 Jahren. Nämlich um über 5,3% im Westen und über 6,1% im Osten. Nummer 5, die Abschaffung von § 219a StGB. Hierzu fand die erste Debatte im Bundestag statt. Endlich. Ich bin Lea, DoubleTap für mehr Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten.